Retro Freitag Retro? Retro Freitag Und heute sind wir ganz retro Diana hat sich Schere, Stein, Papier gewünscht Ich kenn die Du erkennt die ja noch Ach scheiße Ich erkennt die also Wir machen Best of Retro Richtig retro Ein Steinzeit spielen Schere, Steinzeit Schere, Steinzeit Papierzeit Da gab es aber noch kein Papier Ja stimmt Ja egal Wie machen wir das? Wie viele Runde? Wie ist die Steuerung? Steuerung Also zuerst musst du Schichter schnucke Ich muss in die Kamera Ich muss in die Kamera Ich muss in die Kamera Und dann geht es halt Ah ja ok, drei Runde Drei Runde Ja Und dann sehen wir wer gewinnt Ah stimmt, das ist meine Kampfhand Ich bereite mich mal vor Meine andere Kampfhand Falls die Endhand ausfällt Hab ich schon noch die andere Hand Die darf ich mir endlich benutzen verdammt Ja aber wenn die kaputt geht Dann ist die Ok Ok Gut Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Scheiße 1-0 Ah Ok Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck 3-0 Ich hab gewonnen Ja hab gewonnen Leute wenn ihr euch was wünscht Eingeblendete Adresse für Retro-Systeme Bis zum nächsten Freitag Schnick, schnack, schnuck Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal